hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute machen wir vier celebration lose puster auf ob er beschützt sie schon sagt hallo ich hoffe du hast viel glück das hoffe ich auch so fangen wir von links an celebration hat mir schon lange nicht mehr aufgemacht ich diesmal wir machen es auch kein kartentrick haben wir ein senior da fehlt mir immer noch weil die ex ein tiger und ein parker und ein glühender das respekt war nichts und das zweite dran ich hoffe dass wir jetzt mehr glück haben so könnt euch den code hier viel spaß damit so da haben wir ein sick room ein evital und ein dumm fahren brian sehr nice und ein vorschub des professors nice richtig mal kurz ein so ein gesleeftes dumm fahren sehr nice schon mal zwei hits nächstes weg ach hier bin ich den gruder da machen wir heute meinen kartentrick beim poster hier so da haben wir einen dunala ein huu ein balkia und ein rocket vorstadt glaube ich auch nice schon zwei hits so letztes pack freude vom celebration so genaue ich den letzten code für heute viel spaß im märz soo dann machen wir auch den kartentrick soo dann haben wir einen pikachu wieder man kennt es ja süße ein secrum ein luke und die letzte karte ist ein huu hui naja macht ja nix hauptsache das dumm von brian ne und den rocket vorstand hier oder vorsitzender oder so so ich hoffe es hat euch gefallen bis nächstes mal tschia 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 tschia